Okay, alles gut. Mach es nochmal an. Komm, er hat doch den Rücken zu uns gedreht. Das sollte doch gehen. Verdammt. Na komm. Hilfschlag, aber verkleinert. Warum muss die denn so kompliziert gehen? Nur weil Schattenhärter steht. Na los, können wir hier irgendwas machen, was gut Schaden macht? Ah, wir bleiben einfach bei normalen. Alles, was klappt, wir bleiben bei normalen. Komm schon. Ah, es ist ein Hilfschlag. Das hat nicht geklappt. Wir hätten nicht bei normal bleiben dürfen. Egal, wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Okay, wir schaffen das. Ich weiß, ich spreche eigentlich nur mit mir selbst gerade, aber wir schaffen das. Ach! Hab ich noch irgendwo Heilung, bessere? Ich glaub nicht. Ist okay, wir schaffen das. Wir brauchen unbedingt Heilung, die wir kaufen neu, aber wir schaffen das. Oh mein Gott, eskaliert auch nicht so. Musstest du nochmal nachschlagen? War das denn unbedingt nötig? Können wir mit Spurten zu ihr? Oder können wir da kein Zauber mehr benutzen? Ah, ich glaub, wir können kein Zauber mehr benutzen. Shit, aber wir können... Bei der nächsten Runde können wir eh helfen. Hauptsache, wir sterben nicht auf dem Weg. Hauptsache, wir sterben nicht. Muss es denn dauernd Fehlschlag sein? Ich hab Angst. Und die Lava geht schon wieder weg. Kann die Lava aufhören, wegzugehen? Und kannst du aufhören, auf ihn raufzutreten? Bitte komm, bitte schlag mich noch. Du hast grad schon getreten, ja? Okay. Danke. Wir hätten wir Leben nehmen sollen. Verdammt, jetzt hab ich mein Dings verschwendet. Egal. Wir hauen ab. Wir müssen wieder da hin. Und wir heilen uns. Ja, gut. Du hast jetzt ein Problem. Der wird gleich zu dir kommen. Wir heilen uns nicht, weil das bringt nichts. Aber das Ventil machen wir an. Ich speichere nochmal. Ich ziehe das gar nicht ein. Wir haben nur noch 32 bei dem. Der soll sterben. Und der kommt zur Schattenherz. Was ist das eigentlich immer mit wachhaltiger Nähe? Dein Zauber-Fernangriffe. Achso, das ist das. Tu das Rettungswurf erfolgreich. Oh Gott, sterben wir so? Wenn du das nicht triffst? Also er? Nicht gut. Niederstrecken, komm. Aber wir könnten statt des Mastarion helfen, ne? Aber sie liegt ja auch schon wieder. Oh. Ich muss echt aufpassen, was ich hier tue jetzt. Wir können ihm in der nächsten Runde erst helfen. Oh Mann, Gott, ey. Okay. Okay, können wir den Trank jemandem anders geben? Nach Tipps sortieren einmal, bitte. Wenn wir den Trank, wo ist er? Einmal zu LaSelle tun. Und uns einmal heilen. Wir können LaSelle, falls sie wieder lebt, irgendwann den mal nehmen. Vielleicht haben wir Glück. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, dass wir uns gerade geheilt haben. Vielleicht haben wir Glück und er trifft nicht. Nein. Wir hatten kein Glück. Absolut kein Glück gehabt. So, Astarion lebt. Sie müssen wir wieder beleben. Das machen wir noch. Wir machen das. Wir machen... Wir gewinnen das. Ich sehe das jetzt nicht ein. Alexi der Feuerresistenz. Das ist bis zu lange gebrastet. Oh, hätte ich mir die ganze Zeit leben sollen. Dann hätte ich hier durchlaufen können, ne? Na, komm. Hattest du noch einen guten Trank? Oh Gott, ich wollte gerade sagen, ich hätte das vorher gucken sollen. Aber das klappt schon. Du würdest dich auch unbedingt umbringen, oder? Und wir haben jetzt ein Problem. Er ist immun. Das ist ein sehr großes Problem. Ein sehr, sehr... Du bist jetzt nicht ernsthaft gestorben, oder? Ne, sterben. Ich dachte gerade. Wir haben ein großes Problem und ich habe kein... Oh mein Gott, ich habe kein Teleportations... Teleportationsding mehr. Okay, haben wir... Wir hatten doch irgendwo hier so ein Teleportationsteil, oder? Hatten wir das nicht? Gut stellen. Ja, was bringt uns das? Hatten wir nicht... Hatten wir nicht... Das alle? Ich dachte, wir hatten ja irgendwas, um zu teleportieren. Oh Gott. Das ist nicht gut. Blindheit. Verwählen Blenden. Das ist alles nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Auf keine Art und Weise ist das gut. Nein. Bitte geh doch zu Astarion. Ich weiß, das ist fies zu sagen, aber wir müssen... Wir brauchen nichts. Oh, du bist nicht ernsthaft gestorben jetzt. Mädchen, ich war vor fast bei dir. Ich war vor fast bei dir. Haben wir bei ihm auch den Teleportationsbogen? Nein, haben wir nicht. Einer muss da hinten hin, noch. Oh Gott. Okay, alles gut. Es ist alles gut. Wir machen das. Oh Gott, habe ich keine Schriftrollen mehr zum Widerbeleben? Sag nicht, ich habe die noch bei irgendwem anders, aber nicht bei mir. Oh mein Gott. Oh doch, 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 doch. Ich habe sie. Ich habe was zu sagen. Du lebst gefährlichst wieder. Und du musst auch unbedingt... Hä? Nein, du. Wieso bin ich denn noch bei mir? Ah, auf uns muss dieses Spiel langsam. Was soll das? Ah, okay, 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 okay. Wir machen das. Ich weiß nicht, was wir machen, aber wir machen das. Hier Steinhaut. Halber Schaden. Wieso kann ich denn gerade nichts benutzen? Manu, ich weiß warum. Ah. Okay, ich werde sterben. Oh, warum? Ich will nicht. Er hat nur 30 Leben. Das Viech ist so scheiße. Ganz ehrlich. So ein Kackvieh ist das. Das ist ein richtiges Kackvieh. Das nervt richtig. Und ich kann es natürlich nicht benutzen. Ich kann mich unsichtbar machen. Vielleicht hilft das für jetzt. Guck mal, wie er unbedingt Hardcore alle umbringen will. Was ist denn sein Problem? Ich kann das nicht aktivieren. Huh. Gehen Nebelschritt benutzen? Oder kann ich das immer noch nicht? Doch, doch, ich kann. Ich kann. Weiter weg von ihm, bitte. Das ist alles so dämlich gerade, was hier passiert. Was ist das? Ne. Okay, dass du Schatten herst und bringen sie wieder um. Als anders hast du nichts gebracht, sie wieder zu beleben. Oh, das Viech ist so scheiße. Mann. Das kotzt mich richtig an. Warum kann denn ein Viech so ätzend sein? Das geht doch nicht, Mann. Ich meine, natürlich geht das. Aber das ist doch ätzend. Verdammt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann versuchen, so nah ran zu gehen wie möglich und beide gleichzeitig wiederbeleben. Geht das mit einer Rolle? Na, ich kann uns wiederbeleben. Bitte komm jetzt nicht zu mir und du kommst zu mir. Er lebt noch, oder? Oh mein Gott, er lebt noch. So, wenn er nichts muss, ich tue. Das regt mich jetzt, um nichts zu machen. Das regt mich auf. Das regt mich gerade wirklich auf, wenn ich ehrlich bin. Und ich kann dir nicht mal helfen, weil ich diese Scheißabziehung jetzt benutzt habe. Das ist schön, dass du Heilung brauchst. Du wirst jetzt sterben. Viel Spaß. Du bist jetzt tot, nachdem wir eben zu 30 runtergehauen haben. Oh, du Kackvieh. Mann. Wir müssen es nochmal machen. Okay. Wir bereiten uns jetzt irgendwie anders vor. Ich weiß nicht, wie. Irgendwie müssen wir uns vorbereiten. Ich sehe das gar nicht ein, gegen den zu kämpfen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Nee. Nee. Einmal nee. Was soll das? Letztes Mal kamen wir besser voran. Da waren wir in Level 4. Was soll denn das? So, jetzt machen wir es aber besser irgendwie. Ich weiß nicht, wie. Aber wir machen es besser. Astarian bleibt immer noch da. Was ist das? In Schatten gehüllt. Die Unsicherheit endet, wenn du angreifst, einen anderen Zauberwürst und eine Aktion ausführst. Verdammt. Ich dachte, vielleicht könnten wir das so heimlich machen, aber nein. Okay. Das reicht mir jetzt langsam. Können wir irgendwelche Sachen aktivieren? Zum Beispiel, dass wir alle gegen Feuer resistent sind. Wir haben doch bei mir Sachen damit, oder? Dass wir vorher resistent sind. Wir haben doch Zaubertränke. Wie viele haben wir, ist die Frage. Wir haben vier. Perfekt. Wir teilen das. Jeder von uns trinkt einen, weil das ist bis zu langen Rast. Trink's. Du trinkst es auch. Wo ist es hin? Wo ist denn das bei dir? Habe ich dir kein... Achso, ich habe die gar nicht gezogen gehabt, ne? Ne, ups. Ich war gerade voll verwirrt. So. Alle von euch trinken ein. Trink es. Trink es. Und du auch. Trink es. Was ist das? Äh, nein. Heilungsmäßig geht das alles. Äh, Schattenherzen. Kannst du einmal deine Waffe beschwören? Könnten wir von hier aus schlafen? Ja. Aber ich weiß nicht, wir müssen. Weil wir haben ja... Umso ganz sauber haben wir noch. Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass du deine Waffe holst. Und zwar der Hammer. Ich habe echt keine Ahnung, was wir alles so machen können. Ich weiß auch nicht, wie lange die Sachen halten. Wie lange halten die temporären Trefferpunkte, wenn sie die gibt? Kann nur temporär aus einer. Okay. Dann geben wir das uns selbst. Ne, erst da rein geben wir das. Okay. Was können wir sonst noch machen? Wir haben, ähm, Monster festhalten. Das versuchen wir schnell zu benutzen und möglichst viel Schaden zu machen. Engen Schlaf geben wir Lasel. Ist hier irgendwas noch, was wir bis zu lange Rast haben? Da, bis zu lange Rast. Trink dies, um einen Bonus auf Plus 5 zu erhalten. Du kannst nicht überrascht werden. Ah, ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Du erhältst Resistenz gegen Giftschaden. Das ist auch nicht so hilfreich. Du erhältst einen zusätzlichen Zauberplatz. Ja. Das ist gut. Das hält bis zu langen Rast. Öl der Präzision. Nein. Trink dies, um größer zu werden. Uh. Das ist auch bis zu langen Rast. Das gehen wir Lasel. Das ist drei Züge nur. Das bis zu langen Rast ist nur Trinken. Das ist, äh, Tiere reden. Das ist nicht so. Ach, okay. Was? Hasssporengranaten. Studiert so einer Wolke. Können wir eigentlich... Das hab ich gar nicht dran gedacht. Können wir... Wo ist unser Horn? Nein. Äh, wir hatten doch das Horn nochmal. Das, ähm, Ding, um die Ohr zu rufen. Haben wir das irgendwie im Anlass gegeben, oder? Ah, wir haben doch auch Polverbomben. Okay. Haben wir das irgendwo anders? Diese Lira haben wir auch noch nicht gespielt, ne? Es hieß doch, irgendwas passiert, wenn wir die spielen. Das müssen wir mal ausprobieren. Haben wir hier irgendwo dieses Horn? Ist das in einem von den Beuteln drin? Das ist eine Alchemie. Wo ist denn unser Horn? Wir hatten es doch nicht... Oder hatte ich die am Ende getötet gehabt? Ich dachte, wir haben abgemacht, äh... Dass die nochmal kommen, wenn wir wollen. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir das gemacht hatten. Oder hab ich's nicht gemacht, so? Anscheinend nicht. Aber ich dachte, als wir neu geladen haben, haben wir das so gemacht. Aber beim ersten Mal wollten die ja nicht nochmal. Da wollte ich's ja versuchen, aber es hat nicht geklappt. Ich dachte, wir hätten das Horn noch. Ich war mir so sicher, wir hätten das noch. Schenk dir absolut... Ne, diesen Parasiten benutzen wir nicht. Egal, wie verzweifelt wir sind. So, what the fuck? Das bringt uns das nicht zu verwenden. Ah, ich... Ich glaub, das ist schon in Ordnung, so. Der Hund, äh... Den würde ich gern woanders platzieren. So, dass du auch getrennt bleibst. Schattenherz, du gehst... Äh... Schattenherz, du... Gehst... Dahin. Lasel, du bleibst hier vorne direkt. Aber da. Astari, du musst das gleich aktivieren. Und wir bleiben... Wollen wir in die Mitte gehen? Ich glaub, wir gehen in die Mitte. Ja, wir gehen in die Mitte. Ich werde... Nichts... Weiter ankündigen können, außer... Wir beten jetzt! Verdammte Scheiße! Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Gleit war ja beleidigt und hat uns nicht gewinnen lassen, weil wir seine Cinematic da nicht angeschaut haben. Die Katze ihn. Ja, ja, wir wissen. Da kommt gleich was raus. Schön, dass es im Lavarohr lebt, aber gegen Lava nicht resistentes. Na, komm raus da. Da ist es. Da ist das Ekelvieh. Hallöchen! Oh, oh, Astarion. Was ist da bloß? Haben wir nicht schon fünfmal gesehen? So, den Rest können wir überspringen. Okay, Kampf beginnt. Diesmal machen wir den fertig. So, ich muss nochmal gucken. Ich kann mir das immer nie merken. Säure. Säure und Kälte. Wir haben Pfeile. Säure, Pfeile. Los, rauf auf ihn. Glückspilz, komm schon. Perfekt. Fischlag hin oder her. Wir haben drei Schaden gemacht. Du machst so lange ein bisschen Abstand. Du, du gehst näher ran. Und du schlägst ihn vorne. Das ist wichtig. Wieso steht da 10 blockiert? Komm schon. Nice. Wir haben 10 Schaden gemacht. Komm schon. Ah, Fischlag. Nein. Komm schon, wir machen nochmal. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir machen das. Bitte nicht nochmal einen Fehlschlag, Lasell. Bitte. Ich hab doch bitte gesagt. Egal, wir machen das trotzdem. Und, du bleibst auf Stellung. Alles gut. Die Waffe ist schon wieder weg. Die hat mir doch extra gerufen. Was soll das? Okay. Komm, reib an. Fünf ist besser als nicht. So, mit ihr. Du. Nachzahl auf Stärke war das, ne? Ne, wir haben Weisheit gerade. Äh, da. Nachzahl auf Stärke. Oh, ich muss ihn berühren. Okay, kein Fluch. Wir machen, wir machen, wir machen, wir machen. Was machen wir? Äh, äh, äh. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Wir machen normalen Bogen, denke ich mal. Ja, wir machen normalen Bogen. Ja gut, bei den 6% hab ich jetzt auch nicht viel erhofft, dass da was passiert. So. Da kann er schauen, war gut. Der Anfang ging ja das letzte Mal auch. Was haben wir? Verstrickt. Oh, verdammt. Warum kriegen wir einen schlechten Bonus? Von der wilden Magie. Oh Gott. Oh Gott. Pass mir nicht an. Oh Gott. Okay, alles gut. Was willst du mit? Ist nicht erreichbar. Kannst du auch da hin? Verdammt, nochmal. So. Komm schon, nochmal Säure. Ja, sehr gut. Er kommt jetzt auch gleich zu uns. Außer Lasell kann ich ihn ablenken. Ja, Lasell soll ich ihn ablenken. Das ist am besten. Perfekt, abgelenkt. Und greif ihn nochmal an. Ja, nicht. Auch gut. Alles in Ordnung. So weit es gerade klappt, ist noch alles gut. Alles in Ordnung. Komm schon. Hauptsache, alles ist gut. Okay, stark. Na toll. Ist es okay. Das ist okay. Nice. Ein kritischer Streifer. Der liegt sogar. Sehr gut gemacht. Und der steht direkt wieder auf. Oh, oh, oh. Der richtet sich auf. Oh, oh, oh. Wir haben auch nicht mehr viel Leben. Asarion, du weißt, was du zu tun hast. Schnell. Perfekt. Hast du gut gemacht. Ablenken, bitte. Sie soll nicht nochmal getroffen werden. Das ist wichtig. Perfekt. Ey, ich habe daneben geschossen. Wow. Oh, die Kamera ist nach unten gegangen. Und deswegen habe ich daneben geschossen. Ärgerlich, aber okay. So, extra Leben. Und, du bleibst. Du bleibst, du bleibst. Alles gut. Ja, Vorteil. Nice. Rad läuft. Es läuft. Jetzt können wir die nochmal benutzen, ne? Schade. Ich würde es gerne nochmal benutzen können. Es läuft gerade. Blitz ist sehr immun, ne? Schade, schade. Das hätte ich gerne benutzen. Wir können Schall benutzen. Oh, wir können auch Kälte benutzen. Wir sind jetzt das Hauptziel. Nicht gut, aber... Nein. Nein. Eigentlich ist das ziemlich schlecht. Ich hätte mit dem Ding eben schon näher ranfliegen sollen. Das war ein Fehler. Schade. Ja, okay. Wir werden wahrscheinlich jetzt fallen. Wir sind gefallen. Das ist okay. Alles in Ordnung. Er soll das. Erstum kriegen wir das hin. Wir schaffen das. Jo, wir schaffen das. Komm schon. Nice. Er soll aber nicht zu uns kommen am besten. Das wäre nicht so gut. Kannst du wieder ablenken? Oh, du kannst dich mehr ablenken. Okay, das ist in Ordnung. Komm schon. Bitte schlag mich daneben. Er muss zu uns kommen, nicht zu Astarion. Gott sei Dank. Danke. Und? Du musst uns... Kannst du springen? Er kann springen. Das ist gut. Helf uns bitte. Helfen. Danke. Ich glaube, diesmal haben wir ein gutes Setup. Aber wirklich ein gutes Setup. Ich weiß, das habe ich eben schon gesagt. Aber diesmal ist es, glaube ich, echt gut. Okay, das war ein Fehlschlag. Das ist okay. Nein, wir bleiben da. Komm, diesmal kannst du ihn doch schlagen, oder? Ah, Fehlschlag. Oh, wir haben auch Fehlschlag. Egal. Hauptsache, er kommt zu uns. Oh, kritischer Treffer ist aber nicht toll. Die ist fast tot. Bitte stirb nicht, Lasel. Oh, bevor wir irgendwas machen. Ganz wichtig. Nehmen einen kleinen Trank, bitte. Bleib voll, wie du kannst. Zu beenden. Lasel. Okay. Schwierig, aber passt schon. Hauptsache, wir können ihn gleich ablenken mit irgendjemandem anders. Gerade sind wir Hauptziel. Das ist egal. Das passt schon. Hauptsache, wir... ...bleiben nicht das Hauptziel. Sehr gut. Gefahrenabschlüsse. Wir sind jetzt, glaube ich, das Hauptziel. Ja. Wir dürfen nicht das Hauptziel werden. Das ist nicht gut. Ich greife mit ihr, glaube ich, nicht an. Ich heile einfach nur. Okay, jetzt sollte er jetzt zu Schatten jetzt laufen, oder? Nein. Er bleibt bei uns. Wieso? Achso, der Hund soll übrigens wieder weg. Das ist besser so. Und ich glaube, der kann seinen Weg auch schon mal da hinten hin machen, weil ich denke mal, der wird gleich Lasel helfen müssen. Der wird auf jeden Fall gleich Lasel helfen müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mit Astara will ich eigentlich nicht unbedingt angreifen. Oder hat der einen guten Angriff? Ich werde den Froschstrahl nehmen. Und kritischer Fehlschlag auch noch. Boah, Astara, das war schlecht. Wird das auch, wenn wir angegriffen werden? Vor dieser Angriff... Ah, wenn wir geweckt werden. Die Frage ist, ob der uns angreift. Was ziemlich groß... Also große Wahrscheinlichkeit ist, dass der uns angreifen würde. Warum schon ein Zählenbrecher? Musst du denn daneben schlagen? Gott sei Dank immer an eine Sache. Problem ist nur, dass wir jetzt wieder das Quarenziel sind von ihm. Bitte, Schatten jetzt. Nein, du hast einen Fehlschlag. Das war nicht gut. Du musst jetzt unbedingt ihn wieder locken. Das ist wichtig. Wir sind das Hauptziel. Schlecht an sich wegen Leben, aber besser, dass Lasel lebt als wir. Und wir können uns noch heilen. Wir haben nur die Heilung, okay. Ah ne, wir hatten auch die große Heilung. Verdammt, egal. Passt schon, alles gut. Wieso können wir ihn nicht angreifen? Aber wir sind nicht nachgelangt dran. Schade. Nein, Lasel. Das war gar nicht gut. Das war so ein guter Plan. Und dann schlägst du ihn. Ah, ärgerlich. Okay. Okay, wir warten ganz kurz. Asarion. Aktivieren. Heilung. Und? Du könntest dir eigentlich direkt helfen, ne? Ja, perfekt. Kannst du direkt abhauen? Ne, wir werden angeglückt, wenn wir abhauen. Okay, wir hauen nicht ab. Du kannst nicht schlagen, aber wir können schnaufen einmal. Immerhin. Na komm. Ah, Nachteile haben wir gerade. Da habe ich nicht drauf geachtet. Okay, passt schon. Na los. Komm schon. Arkan. Immerhin macht das ein bisschen Schaden. Das ist besser als gar nichts. Sehr gut. Jetzt sind wir das Hauptziel. Der Hammer ist das Hauptziel. Und er ist auch immun gegenwiegend. Oh, geh weg von Asarion. Wieso ist mein Hund jetzt gestorben? Da war doch... War da echt noch in Reichweite? Oh. Das freut mich aber gar nicht, dass er in Reichweite war. Haben wir bei ihr noch irgendwie... Spiegelbilder haben wir. Und Schlaf. Hm. Der normaler Schuss bitte wieder. Also Schatten hätte es echt nicht so nützlich. Außer was Heilungen angeht. Komm, stich ihn ab. Nice, kritischer Treffer. Sehr gut. Komm schon, er ist nicht Fehlschlag. Kannst du aufhören, immer Fehlschlag zu machen? Das ist echt anstrengend, Lazell. Das ist wirklich anstrengend. Das ist sehr anstrengend, Lazell. Oh, das hab ich gar nicht getrunken bei ihr. Das wollte ich trinken. Okay. Das war nicht gut, dass wir das nicht getrunken haben. Passt aber. Komm schon. Es träuft trotzdem ein bisschen besser als eben. Und wir sind jetzt das Hauptziel. Wahrscheinlich jetzt der Hammer. Ja, jetzt der Hammer. Also bleibt er trotzdem bei uns. Und der Hammer ist kaputt. Verdammt. Okay. Alles gut. Oh, er kommt zu der Welt trotzdem. Oh, nice. Sehr gut, der Sarian. Aber jetzt ist der Hauptziel. Das ist nicht gut. Weil er nicht mehr... Er ist nicht mehr im... Oh, wir müssen weggehen. Ja, er ist nicht mehr im Feuer. Wir müssen ganz schnell weg. Und ich glaube, mit ihr nehmen wir mal das. Ja. Schlaf du. Du machst dich bitte zum Hauptziel. Bitte zum Hauptziel. Du machst dich zum Hauptziel. Ne, gut. Wir machen das an und teleportieren wir uns weg. Äh, können wir uns zu... Schattenherz teleportieren, bitte. Ja. Sabertrank können wir nicht mehr nehmen? Nein. Das war zu viel. So. Ja. Ja. Und jetzt den Trank. Na, kommst du zu uns? Perfekt. Und jetzt ist er auch wieder angreifbar. Und wir sind tot. Oh, ich find's immer noch so süß, wenn man so eine Romanz hat, dass die sich gegenseitig... Dass die gegenseitig rufen, wenn sie denken, dass der Partner stirbt. Das ist wirklich goldig. So, wir müssen wieder dahin. Und uns einmal heilen. Das Beste ist, wenn wir nicht jede Runde angreifen. Und sie steht gleich auf, das ist gut. Ne, warte mal, sie ist tot. Wie steht er gar nicht auf jetzt? Das ist nicht gut. Ich hab fest damit gerechnet. Wir können heilen, das Wort nehmen. Ja. Wir machen das mit der Hoffnung und dann heilen wir uns alle. Na gut, wir treffen nur sie mit der doppelten Heilung. Aber es sind nur sieben. Ich finde, ich doppelte Heilung bekommen sollen. Maximal mögliche Anzahl an Trefferpunkten. Oh, und das, was wir hier haben, ist maximal sieben. Ja, okay. Schade, aber besser als nichts. Sind wir unsicher, was wir tun sollen? Wir machen den guten Heilungstank und geben einen Lasel. Bis wenn wir jetzt angegriffen werden, dann sterben wir wahrscheinlich nicht direkt. Hoffe ich mal. Wir sind bei 13 und jetzt bei 4. Wow, okay. Nicht direkt sterben ist eine Sache, aber das war knapp. Sehr knapp. Greif ihn an. Greif ihn nochmal an. Nice. Hast du da in einmal? Schade, das war... Eigentlich sollten wir... Ich glaube, wir sollten Schattenherz machen. Wir sollen, ähm... Ja, ich glaube, Schattenherz holen wir hier und machen das, weil die ist nicht so gut, was das Angreif angeht. Ich glaube, das war unser größter Fehler. Astara macht viel mehr Schaden und ich benutze die ganze Zeit als Rolle hierfür. Das ist eigentlich nicht so gut. Okay, wir müssen rüber gehen. Äh, Spurteimer bitte. Springen. Okay, soweit du kannst. Danke. Und hol deine Waffe wieder. Okay. Wir werden sowieso gleich umgebracht, das sehe ich schon kommen. Können wir noch... Ach, wir können... Wir können uns wegporten, ne? Ja. Wir haben ja noch die Port-Dinger. Perfekt. Und wir konnten nicht angegriffen werden. Haben wir noch bessere Heiltränke? Nein. Oh, du gehst zu LaSelle. Was? Kritischer Treffer? Wie... Ich bin tot. Oh! Das habt ihr gerade nicht getroffen. Gott sei Dank. Sonst wären wir tot gewesen. Ja, komm schon. Oh, so ein Fehlschlag. Sag Astarion, nein. Tu mir das doch nicht an. Oh Gott, mach dich unsichtbar. Und hau ab. Oh, wir haben keine Bewegungswarte. Egal, wir spurten. Und wir hauen ab. Wir brauchen die Zeit mit LaSelle mit der Unsichtbarkeit, dass wir uns nicht so eine Runde heilen können. Und du machst... Ja, was machst du denn jetzt? Wir heilen. Wir haben geheilt. Und wir können angreifen. Okay. Hier ist jetzt das Hauptziel. Schlecht, aber machbar. Wir können leider hier nichts benutzen. Oh Gott, 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 oh Gott. Haben wir hier was zu tun? Wir können den Monster festhalten, ne? Aber er muss wieder ans Feuer gehen. Muss er jetzt wieder ans Feuer mittlerweile? Nein, noch geht das. Ich glaube, diese Runde ist noch okay. Ist ja gut, wenn er herkommen würde. Für uns. Ich denke, er wird jetzt zu uns kommen. Er sollte. Ja, er kommt zu uns. Sehr gut. Oh Gott sei Dank hat sie einen Rettungswurf geschafft. Das wäre nicht gut gewesen, wenn nicht. Oh, wir müssen ganz kurz bevor wir irgendwas machen. Oh, du kommst da nicht hin. Kommst du da hin? Du kommst da auch nicht hin. Damit spurt einmal dahin, bitte. Aber sie kann das jetzt nicht mehr anmachen. Das ist okay, er hat trotzdem noch zwei. Ja, Survival is all that matters. Ich stimme zu. Ich stimme eindeutig zu. Rittischer Treffer, ja! Ich speichere. Ich glaube, das ist ein guter Standpunkt. Wenn wir sterben würden, könnten wir neu laden. Das wäre okay. Ich hasse diesen Kampf. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn nochmal machen müsste. Ich meine, theoretisch muss ich ihn nicht machen. Wir sind jetzt wieder gefahren, Abstützung. Was nicht gut ist, aber Schaden ist gut. Hauptsache, das geht nicht schief. Ich hoffe wirklich, das geht nicht schief. Geh so weit weg nach hinten, wie du kannst. Vielleicht hast du Glück, dass er nicht so weit laufen kann. Oder Astarion. Kannst du ablenken? Nice. Er hat abgelenkt. Sehr gut gemacht. Jetzt machst du das. Ah, nee. Das ist der gleiche zu. Wir konnten nicht. Du schlägst ihn einmal? Verdammt. Fehlstark. Oh, du gehst zu uns. Ich habe gesagt, warte, du gehst zu Astarion. Oh, warum bist du nicht zu Astarion gegangen? Ich dachte, wir wären das Hauptziel gewesen mit ihm. Das waren wir nicht. Oh. Ist aber weniger gut. Okay. Heilung. Äh, geh da in die Ecke, bitte. Noch ist er sch... Ja, noch keinem Schaden. Okay. Ja, wir treffen mich auch mit der Säure. Egal. Okay, wir haben mich ganz getötet mit der Säure. Das passt. Wir können wiederbeleben. Wir haben jetzt 33. Wir sind jetzt wieder wie eben. Und uns fehlt nur einer. Es sollte okay sein. Ich hoffe, es ist sehr, dass das okay ist. Ich hoffe wirklich, dass das okay ist. Oh, du greifst den an. Perfekt. Gott sei Dank. Okay, noch sind die Resistenzen da. Ich will immer wieder gucken. Das ist wichtig. Na komm. Nein, macht keine Fehlschläge jetzt. Wir brauchen das, Losell. Bitte enttäuscht mich nicht. Ja, sehr gut. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Ein bisschen ist besser als nichts. Ja, komm. Ja. Wir haben ihn fast. Wir bringen diesen Penner um. Wir bringen ihn um. Ja. 13. Wir machen das. Ich speicher. Wir machen das. Das wird unsere Runde. Komm schon, Schlag. Ah, Fehlschlag. Schade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Egal. Wir machen das. Egal, was jetzt passiert. Wir machen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Kannst du näher rangehen, Losell? Ah, nicht in die Säure. Ich bin nicht in die Säure gelaufen. Komm schon. Nein, nicht Fehlschlag. Losell, tun wir das nicht an. Ja. Hier. Astarion, stech ihn ab. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Oh, wir haben dieses dumme Ätzende Viechung gebrochen. Oh, es hat so lange gedauert. Ich glaube, wir haben insgesamt vier Stunden mit diesem Kampf verbraucht, wenn man vorher zählt. Vielen Dank.